Guten Abend Leute! So, zu später Stunde melde ich mich nochmal und zwar, ich habe gerade in der Steam-Gruppe Grants & Friends eine Ankündigung gemacht, zwar für Sonntag um 18 Uhr, eine Runde Team Fortress 2. Ich hoffe, einige von euch haben Zeit, manche haben schon geschrieben in der Gruppe, dass sie dabei sind. Ich würde mich freuen, wenn du auch mitmachst und ja, vielleicht sehen wir uns Sonntag dann auf dem Schlachtfeld, entweder Seite an Seite oder aber gegenüber, wird sich dann zeigen. Ähm, ja, ich glaube, das war schon alles, was so gesagt werden muss. Ich freue mich auf jeden Fall mal wieder an der Runde Team Fortress 2 mit euch zu zocken und ja, hoffen wir mal, dass wir den Server vollkriegen. Ich werde mal schauen, ob Xenix und der Stoziopath auch Lust haben mitzumachen, ich werde die mal einfach nachher anschreiben. Und ja, das war es dann auch schon, also nicht vergessen, diesen Sonntag 18 Uhr, falls ihr noch nicht Mitglied in der Steam-Gruppe seid, Grants & Friends, tretet bei, addet mich als Freund, dann könnt ihr immer sehen, auf welchem Server ich zocke. Ähm, macht ihr euch noch einen schönen Abend, genießt euer Wochenende, wir sehen uns Sonntag, haut da rein, tschö.